Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist Donnerstag, heute ist der 4. Januar 2023 und es ist 9.03 Uhr. Ich muss gleich los, ich habe einen Termin bei der Berliner Volksbank, die haben irgendwie vor Weihnachten, nee, vor Silvester nochmal angerufen und gefragt, ob ich mal wieder vorbeikommen will zu einem Beratungsgespräch. Ja, okay, klar, kann ich machen, ich war schon in Ewigkeit nicht mehr da. Und da werde ich mich jetzt gleich hinbewegen und um 12 Uhr ist heute wieder Stream. Ja, ansonsten stehen mir die Haare zu Berge irgendwie, zumindest einzelne, wie man hier sieht. Eines dieser grauen Haare, die so ein bisschen störisch sind. Egal, wenn ich jetzt rausgehe, ist es so windig, stehen überhaupt dann eh alle Haare zu Berge, was soll's. Ja, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen schönen Donnerstag. Ich für meinen Teil bin noch ein bisschen müde, ich hätte gern ein bisschen länger geschlafen, aber wie gesagt, ich habe Termine. Und ich mache mich sozusagen dann mal auf den Weg gleich Richtung Friedrichstraße, dort ist meine Filiale. Mal gucken, ob der Bearbeiter noch dort arbeitet oder ob der schon woanders hin befördert wurde. Und bei wem ich heute dann überhaupt den Termin habe. Mal schauen, ja. Ja, ansonsten gestern nochmal sechs Stunden Road 96. War super, hat Spaß gemacht. Wir sind jetzt durch einmal mit dem Spiel. Ich werde heute nochmal New Game Plus anfangen, um die anderen, die ganzen Szenen zu sehen, die es dort in dem Spiel gibt. Und um vielleicht auch alle Achievements mir zu holen. Mal schauen, ob wir dafür die sechs Stunden brauchen. Wahrscheinlich schon, weil wir haben ja sonst, haben wir ja für zwei Durchläufe jeweils sechs Stunden gebraucht. Und gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Ja, ansonsten, DSA spielen wir gestern wieder ganz gut. Gut, hat Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch mehr oder weniger das Abenteuer durch und haben gestern noch eine Nachbesprechung gehabt, wie wir das jetzt die nächsten Wochen und Monate halten wollen. Und ja, ging zwar etwas länger. Wir haben irgendwann um 23 Uhr dann gute Nacht gesagt, was ich schon persönlich ein bisschen spät fand. Aber da ich ja heute frei habe und Urlaub, war das für mich in Ordnung. Und in der normalen Arbeitszeit würde ich sagen, boah, wenn ich um sechs wieder aufstehe, ist mir das eigentlich zu spät. Aber auch das kann man ja dann nochmal anmerken. Ja, gut, das ist es eigentlich. Spidey guckt heute so schön über meine Schulter am Stuhl vorbei. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Kommt gut durch den Tag, lasst euch nicht ärgern. Bleibt gesund oder werdet es wieder. Und ja, wenn ihr mögt, kommt gerne so gegen 12 Uhr beim Stream vorbei. Da gibt es ein bisschen Road96 zu sehen und ansonsten morgen dann den nächsten täglichen Vlog. Den gibt es natürlich auch. Also, bis denne. Tschüss. Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.